Spielzeug, hm? Ob ich extra Spielzeug genommen habe? Ja, das ist ein Luli. Gott sei Dank haben wir die Auflage aufgegeben. Ja, das müssen wir jetzt lernen, wo man Lulikaka macht. Ja, was denn? Da ist überall Luli. Na, so, Palotti. Ja, so, das muss ich lernen, wo ich Luli mache. Oh, na, so, das ist ja wirklich lecker. Ja, ja, was denn? Jetzt hab ich schon ein bisschen beruhigt gefühlt. Mein Gott, na. Ui, wo ist der Luli? Hi! Was super! Super! Ja, was denn? Ja, 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 was denn? Hm? Ah! Gwik, gwik. Da schaut sie mal! Da schaut sie mal! Na, schaut sie mal, ja, schaut sie mal. Ja, schaut sie mal. Ja, ja, wo es denn? Ja, wo es denn? Ja, wo es denn? Deixa ich zuvor als Spielzeug. Ui Pcer! Ja, super! Ja, super! Ja, super macht ihr das! Ja, super macht ihr das! Na, ja, freilich. Ja, ja, freilich. Ja, freilich. Ja, du bist als Muserle. Ja, komm, ja da. Die Kuhlau, wie ist das? Na, ist das, ja? Ja, schmusserl. Ist ja, seid ihr super. Ja, Mutti. Ja, fast. Ja, habt ihr da über, da kommen wir schon selber auf. Ja, seid ihr tolle Muserle. Ja, ist das ein Kratzding, was ihr hier Loli macht? Ja, und was ist mit dem Klo da drüben? Das gefällt euch anscheinend nicht. Na, warte. Ja, ja, warte ein bisschen. Muss man das anders machen. Und da wollt ihr lieber Dorf bei Loli? Na, da habt ihr schon ein Kackele gemacht. Na, ja, mochte nicht. So, wir sind ja auch noch Babys. Hm? Ob du weinig sagst, dann haben wir doch schon was gesehen. Na, das gefällt euch gar nicht. Hoppa! Zwischen die Füße gegangen. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Hm? Ja, warte. Hm? Ja, warte. Hm? Ja, warte. Hm? Die macht Loli da auf. Na, ich pfeife mich an. So, soll ich das Kistlaufe stellen? Braav. Aufs Dagi Loli gemacht. Na, freilich. Na, da schär mir zu. Fragt zwar, was du da zuscherst. Na, warte. Na, warte. Da muss euch was basteln. Na, muss euch ein anderes Klug nehmen. Aber ich stelle mir das Vorf. Ja. Puh, nein, was ist das? Ich konnte mir ein bisschen abbauen, gell. Zum Computer. Ja, wer rechnet denn, dass die Mama fünf so vorne Kröten kriegt, hm? Wer rechnet denn damit? Na, wer denn? Na, wer denn? Ja. Fünf so Handvoll Kinder, hm? Fünf so Handvoll. Ja. Ja. Hallo, du Schönheter. Mir sind ja schöne Kinder. Na, freilich. Mir ist ja zu schön. Und frisst schon wieder. Geht's an Fressen. So, jetzt geht's bei euch.